Was suchen wir? Wir suchen eine Napfschnecke. Wo? So eine Napfschnecke. Sie können gerne versuchen, einen vom Fels zu lösen. Es wird unmöglich sein. Wirklich? Ja. Nein, das gibt es ja nicht. Diese Schnecke hat, glaube ich, super Kräfte. Aber das passt gut, denn wir sind heute genau nach dem auf der Suche. Nach Superkräften der Natur.